...de Hostilia, willkommen zur ersten Show der Noten am Top der vostra Barbara. Sie sind immer informiert auf den letzten Momenten mit der Nintendo World High Connection. Und hier ist die Klassifika der 10 Bräne die größten. Some people have been writing in, daring to suggest that my musical taste is more old age than new age. Huh, what a cheek. Let me tell you, I'm a child of the age of Aquarius. Ojalá tuviera una lámpara mágica como la de Aladino para pedir un deseo. Pero uno solo es muy poco, porque claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas y querría tener también un pasión. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Did you just listen to the entire download top 10? Wish I had as much free time as you do. Still at least you got to spend all this time with me. See you next time, and check back soon. Nintendo Wi-Fi Connectionでもう新しい楽譜をダウンロードした? I wish I had a magic lamp like Aladdin, so I could have a wish granted. But one wish just isn't enough. I mean, of course I wish for money first, but I also don't like how my ears look. And I wish I had somewhere to go on holiday. Te doy la bienvenida a lo más descargado con DJ Bárbara. Me alegra que nos escuches una vez más. ¿No tienes nada mejor que hacer? Pues te esperamos con las últimas novedades. Ahí van las 10 mejores descargas del momento. Oshare na otona no ongak to iaba jaz y yo ne. Jaz wa seeyou no ongak to africano ongak ga kumiyawasate umareta ongak nanda te. Demo, lekishi wa asakute hiaknen kurai na no yo. Jok shiteru de shou. Otona, dakara ne. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. Wisst ihr, was piano bedeutet? Das ist Italienisch für leise. Die volle Bezeichnung ist Klavicembalo col piano e forte. Angeblich. Ich bleib lieber bei piano. Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently it's because the earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Nice to see you back. It's time for the download top ten. We've got some rocking songs lined up for today. Let's start with today's top ten downloads. Arabian night. Do you know what you mean? It's a story of a thousand and a thousand times. It's a story of a story of a thousand and a thousand times. A thousand times, the story of a thousand times that she was talking about 200 years近く. How do you know? I'm a monster, right? Nintendo Wi-Fi Connectionって知ってる? 簡単,安心,無料でゲームが楽しめるWiiと Nintendo DSのインターネットサービスのことよ. Wi-Fiにつなげればもっとバンブラが楽しくなるわよ. The word piano means a gentle sound. The original name was Clavichembalo Colpiano A40 Yeah. I'll stick with piano. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Nicht lange auf. Los geht's mit unserem ersten Song. Noo, Wi-Fiにつなげて Sessionしてみた? 音もいいし すごい迫力でしょ? Ma, TVによるんだけどさ. まだの人は友達に誘ってぜひ試してみてよ. え? え? モシカシティ いい持ってないの? え? え? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben, aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. The word piano means a gentle sound. The original name was clavichemballo colpiano aforte. Yeah, I'll stick with piano. Hello, Grime City. It's that time again. Time for the Download Top 10. I'm Barbara and here are today's Top 10 Downloads. No need for applause, just send money. Sunday's almost over. I'm sure many of you out there are dreading the new week. You can cry on my shoulder again this time next week. Meanwhile, listen to this and dream of the beach. Okinawa warmukashi Ryukyu-Ou-Koku-te-you-Ou-Koku-dat-ta-no-yo. Ou-Koku-te-akogareru wa? Atashina-jo-ho-sama-de-minna-atashino-mai-ni-hide-fuss-no-yo. Ne? O-mai-nanka-sugo-zui-ho-dat-te? Strain, eh? Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. This is Barbara, working overtime again on the download top ten. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's top ten downloads. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Sack-Cyok-Kinou-de-jimann-no-e-kyok-ga-de-kitarra Nintendo-Wi-Fi-Connection-de-Banggumi-made-oh-muste-cho-da-i. The Kork-Korner-de-jimann-no-e-kyok-de-atash-ni-todok-wa. Diese show wird von dir umgekehrt. Jass ist definitiv die Musik für klassische Adults. Es ist eigentlich eine Blende von Western und African Musik über 100 Jahre alt. Ich weiß, dass ich meine Sachen. Das ist weil ich eine klassische Adults. Das ist Barbara, wieder auf den Download Top 10. Ich habe immer die lateste Informationen hier für Sie. Wir beginnen mit heute's Top 10 Downloads. Ever hear the phrase, June Bride? There is a superstition that getting married in June means you'll have a happy marriage. Personally, I think it's a bad sign if you have to rely on a superstition. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Wenn ihr eine Jam Session spielt, könnt ihr auch den Gesangspart übernehmen. Wählt einfach den Melodiepart aus und dann, ob ihr singen wollt oder nicht. Wenn ihr Singen üben im Singenmenü wählt, könnt ihr eure Gesangskünste verfeinern. Ich wünsche euch eine Magische Lampere, wie die von Aladino, für ein Willen. Aber nur ein wenig ist. Denn natürlich, ich würde ein viel Geld geben, aber ich würde auch nicht sehr, wie meine Augen. Und ich würde auch einen sehr großartigen Angelegenheit haben. Du glaubst nicht in Ghosn und UFOs und wasser, hast du? Ah, Kinder. Du bist so voll von verrückten Erinnerungen und Fantasien. Wait! Was ist das hinter dir? Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Wasn't that fun? That's it for the Download Top 10 today. But I'm always getting new information, so check back soon. See you next time. See you next time. See you next time. See you next time. Bye. Live House. Live House. Live House. Live House. Live House. Live House. By the way, By the way, Did you know sound travels faster through water than through air? That doesn't speed up the beat of the music though. Are you still up? Are you still up? And go to sleep. Vorrei avere una lampada magica come quella di Aladino. Però un solo desiderio non mi basterebbe. Prima di tutto vorrei dei soldi, poi delle orecchie diverse, poi dei vestiti, poi tanti e tanti e tanti e tanti e tanti e tanti. It's awfully nippy lately, isn't it? I've got an all season look. So I try not to go out in the winter. Well, I can't afford the gas anymore. So hopefully this tropical music will warm me up. Ima hoshi.